ähm ernsthaft kannst du bitte die ecke neu platzieren hier unten ja ich kann sie auch nicht ändern ach so genau wir haben auch ich hoffe dass das mit den server besser wird weil die verfügbar sind genau es gibt halt noch keinen offiziell leider ich habe schon vorbestellt aber ja wird auf den entwickler warten dass die freigeben ja so cool damit das und ja deine produktion kristin aufbauen wie spaß damit was bräuchten fast hast du ja gemacht ja dann machst du die produktion drei verschiedene outputs irgendwie muss man gucken was wir erstellen können wir verplatten stangen und ja noch was noch und ich wollte das kuffer hoch würde ich sagen okay ja wahrscheinlich recht oft ja wahrscheinlich hier ach ja nee warte ich hab den beton abgerissen ist die turz sollte das wieder aufbauen ansonsten haben wir ja wird kein beton mehr gestalt das wäre natürlich blöd nico ich hab eigentlich nicht viel gemacht wahrscheinlich die biomasse leer noch da oben drin war das kann sehr gut sein ja wird man auch mal dann irgendwann automatisieren ja ja noch genug zu tun woher hast du gerade spritt dabei ja sowohl jetzt auch dann könntest du vielleicht gerade mal hier so ein bisschen grünzeug entfernen na klar achso wir brauchen ja logisch weil es noch strom dann wobei die ja genau noch ein paar wobei es jetzt nicht so richtig das ist ein drüben bauer egal äh hier hier bei mir denken hier hatten diese schatzbücher die können wir noch entfernen von mir so als zu ähm klaster mit wer hat die kann relations genau also einfach weiter nach da ja hier der hier oder da und da und dann bin ich sonst und ich hatte mich durchschaut dann und hier eigentlich auch na gut da muss noch aber komme ich jetzt gerade nicht noch jetzt na jetzt aber deine methode um die ecke zu gehen nach oben sieht besser aus jetzt hier auch besser weil na und einfacher ja wie überall diese kubeln so im jahr zu schweben die nicht weg gehen ja mann noch mal neu connecten aber nicht jetzt hm gut so dann kann ich ja jetzt ja ja ich werde mich über die power kümmern aaaa na gut können wir komplett neu machen ja wohl dieses mal ja da noch eine gute lösung gefunden was die er wird irgendwo mal ein paar mehr wie was dinge einbauen und so was mit automatisierten und so außerhalb von dem kraft den gebieter um ja definitiv ja der und eben dran muss noch einer ok an den ich nehme Oh, überhaupt nicht mehr Platz. Egal. Und dann hier rein. Wieso sind da die Sachen drin? Egal. Weil ich mal überlege, für Beton wird man vielleicht zwei Output-Kisten haben, oder? Äh... Wieso? Ja, weil wenn einer voll ist, das Zeug geht halt echt schnell weg. Ich war eben froh, dass ich zwei Kisten hatte. Ja, so schnell jetzt aber auch da nicht, oder? Ich würde sagen, wir haben hier genug Platz. Wir können halt für jede Reihe, die was aufgemacht, eine eigene Kiste hinstellen. Das kostet ja nix. Das stimmt auch wieder, ja. Bei einerseits finde ich es auch cool, einfach nur in eine Kiste reinzuschauen und Sachen rauszunehmen. Ja, du willst, Nico. Wahrscheinlich in zwei, drei reinzuschauen zu müssen. Ja, deswegen, darum ging es mir auch. Ja, aber der Stab. Hier brauchen wir noch ein Splitter-Ding. Die waren ja hier bei Logistik. Aber Fusion, genau. Ja. Das sieht wahrscheinlich nicht gut aus, genau. Deswegen... Ah, Beton brauche ich. Haben wir eigentlich gar keinen Beton mehr, dann glaube ich gar nichts mehr, oder? Äh, wow, wie brauchst du den? Weiß ich nicht, aber wie ist der was? 49 habe ich, und dann ist es leer. Ich stelle gerade die Produktion her, deswegen brauche ich das zum Teil halt noch. Hm, ja gut, dann gönn dir erstmal, dann mache ich das mit den Strommasten. Einer kann sich immer nur so sehen. Schalze, hast du verstärkte Eisenplatten-Kackzeug da? Ich glaube nicht. Ich würde gerne noch einen Konstruktor bauen. Äh, drei habe ich für dich. Perfekt. Perfekt. Gut. Dankeschön. Kein Problem. Ah, komm mal hier so noch Strommasten. Mhm. So, eigentlich muss ich da auch nicht viel mehr machen. Ich muss ja nur da durchmachen. Zumindest ja recht, äh, einfach. Gut, dann, so. Strom läuft noch sehr gut. Ähm, wie mache ich das denn? Die brauchen... Wir haben insgesamt hier sechs Maschinen, die benutzt werden. Hm. So sieht das auch... Ah. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwie so. Ach komm, ich brauche Beton. Ja, gut. Wie ist das? Hm. Ja, ich... Kann halt nicht mehr machen. Weil ich erstmal noch Beton brauche. Hm. Na, Portion läuft letztlich an. Ich könnte aber schon ein Business geben, wenn du wirst. Das wäre gar nicht mal übel. Ach, das brauche gerade auch so gut wie gar nichts. Ähm. Ach komm schon, ich brauche Kabel? Ja, Kabel haben wir halt auch nicht. Und... Aber ein Flugzeug habe ich dafür bei mir. Naja. Jawoll ey. Äh... Maximus Pro... Ich... Würde sagen... Erstmal... Nicht. Wir würden nämlich gerne erstmal spielen und selbst so ein bisschen erkunden und kennenlernen. Weil einer reinkommt, der halt schon alles kennt. Richtig, das ist halt schon ein bisschen... Ich glaube, das ist... Ja, erstmal nicht so mega sinnvoll. Also nicht gerne, aber... Genau. Vielleicht noch nicht jetzt in der Early-Phase quasi, wo wir noch alles ein bisschen entdecken und noch nicht genau kennen. Wenn man das herausfinden, macht ja auch, ne... Recht viel Spaß. Genau, das macht halt auch so aus. Mhm. 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 So, äh... Ja, Zement. Beton, genau. Ja, Vollbeton. Danke. Danke. So... Ähm... Den anderen wollte ich dann hier platzieren. Sieht halt... Naja... Aus... So, äh... Produktion, äh... Äh... Läuft wieder. Sehr schön. Ja... Holy moly. Ja... Wie soll man denn das mit Strom verbinden? Das ist... Ich meine... Weil ich wollte eigentlich in der Mitte jetzt ein Stromerzessen, so auf jeder Platte und dann noch nichts rechts verbinden, aber die Mittler haben, verbinden wir die. Aber es könnte trotzdem gehen, wir könnten... Also erstmal darum kümmern und dann... Ja... Dann... Kannst du bitte mal... Äh... Sind's aber... Sind die... Generatoren aus? Äh... Wir haben... Warte mal los, wir haben viel mehr... Oh nein... Haben wir in den ganzen Stromproblem, weil wir haben viel mehr Dach angeschlossen. Nicht, dass wir nicht sprechen. Die, ähm... Biomasse-Generatoren. Aber... Äh... Ist aus. Meine ich. Naja... Genau, ist aus. Gut, dann mal herstellen. Ja... Ich hab noch ein bisschen Zeug. Ich hab... Wer hat das angeschaltet? Ich nicht. Aber ich hab gar nichts... Was hab ich denn... Hä? Hab ich alles hier reingeworfen noch? Äh... Zwei Biomasse... Es ist jetzt nicht gerade viel... Okay, es funktioniert, aber ich hab keine Biomasse mehr. Gingau, es wird gleich wieder ausgehen. Ich hab Glätter. Bestell die Biomasse, ja. Äh... Ich lese mal gerade deinen Kommentar durch Maximus... Äh, ja, Tito. What? Ah... Okay. Ja, ich mein... An sich wär schon cool, wenn du mitmachen würdest, aber... Es ist halt so... Zu zweit... Es ist halt, find ich, noch... ein Ticken cooler. Deswegen... Naja... Sorry, aber... An sich, wir würden's halt gerne zu zweit... Zocken. Ja. Zumindest vorerst. Genau. Ähm... Ich hab jetzt Biomas hergestellt. Mhm. Mhm. Ich hab leider gar nichts. So ein Biomasse und so. So gut wie nichts. Ist blöd. Mhm. Hä? Die Maschinen hinten an? Wir tun kaum Strom verbrauchen. Nee, nee, jetzt sind sie an. Das ist echt strange. Oder müssten... Zumindestens... Ja, jetzt sind sie an. Ja, jetzt... Ja, da... Ja, ich hab nur kurz... Was mit dem Strom gemacht ist. Okay, wir laufen auf 50%. Ziemlich exakt. Wir können doch doppelt so viel anschließen. Das hier alles ausgeht. Ja, gut. Wir haben ja noch einiges. Jo. Ja, gut. Die Maschinen auch noch gar nicht hier. Die Hauptmaschinen damit... Hm. Oh. Äh... Okay, ich hoffe das... Er sollte bereichen. Hm. Ja. Oh, lol, Zement läuft. Oh, wie geil. Dann werde ich mich jetzt erst mal... Ähm... Kupfer kümmern. Problem jetzt, ich brauche erst ein bisschen beton. So. Und das geht dann da rüber. Mit zwei reicht's nicht. Mhm. Und dann kann jeder... Doch... Jeder kann... Drei nutzen. Äh... Warum machst du... Einen Splitter am Ende? Oder... Einen... Drenner hat mir auch so... Einen gebraucht. Da gehen... Ja gut, ich muss sowieso nur umplatzieren. Weil hier gehen jetzt schon mal die Dingesten rein. Aber... Du hast doch... Wir haben doch drei verschiedene Ausgaben schon gehört. Und wir werden dann einfach drei Container machen. Und die beim Zement einfach gerade verbinden. Ja... Je nachdem wie wir's machen. So wäre ich... Dafür wäre ich... Zumindest. Ja, ciao Maximus. Bis zum nächsten. Ähm... Ja, je nachdem wie wir das machen. Ich fände es halt wirklich schon mit einer Kiste. Aber da ist ja alles drin. Und ich meine... Wir brauchen später so viel Zeug. Ich finde es halt sinnvoller. Weil wenn... Wenn die Kiste voll ist und ich gucke, produziert keine Maschine mehr was. Wir haben... Warten wir... Doch, wir ziehen den Turnier schon noch. Wir sind nicht... Äh... Was? Oh, wir sind offener. Ach so. Äh... Das ist mit offener. Aber ich hab auch grad ganz schön... Ausgelisten Frames. Ey. Wieso auch immer. Ah, mal wieder reconnect. Auf jeden Fall, jetzt muss es wieder gehen. Ähm... Ja, aber ich find's halt... Also ich mein... Überleg mal, dass das eine Kiste voll ist, Matze. Guck dir das doch mal an. Oh, da liegen meine ganzen Sachen drin. Alles gut zu wissen. Haha. Wow. Ja, guck mal, da liegt auch Beton drin. Äh... Ach, nicht sortieren... Nehmen. Äh... Matze, nimm mal bitte noch die Sachen hier aus der Kiste. Ja, war gut. Und dann her? Ja, genau. Nett mach ich. Danke. Ja, ist halt die Frage. Also... Guck mal, bis eine Kiste voll ist. Das dauert doch. Naja, das ist aber auch nicht so rüsig. Also... Ja, wir haben maximal drei verschiedene Sachen. Das heißt, von jedem können wir acht Stacks haben. Von jedem Material. Weil wir haben wenigstens Vorrat. Das ist aber kein Vorrat, wenn wir doch mal viel machen müssen. Das kostet 500 Sachen pro Item und so. Ja, und 500 ist ein Steck. Wir haben acht Stecks, maximal Matze. Hm. Und so kannst du halt in eine Kiste schauen und dir die Rods nehmen und die andere Sachen nehmen. Ja, das ist so schön, das so zu machen. Weil es... Ne? Was wird daran... Aber außer, dass man mehrere Kisten gucken muss. Da hat man das drin, da hat man da, da hat man das drin. In der Kiste. Eine Kiste für alles. Wir machen ja auch natürlich in... Keine Ahnung. Es wird Astro. Keine Ahnung für... Ne? Machen wir auch mehrere Sachen an der Kiste. Ja, genau. Da hab ich auch sortiert. Logisch sortiert. Ja, mach wie du denkst. Aber wir haben das ein bisschen Bock zu tun. Ja, okay. Das ist nicht falsch. So. Ja, so war das. Irgendwie, äh... Wir sollen die Koalitionen disconnect gehabt im Stream. Das ist richtig. Äh... Also... Warum auch immer. Ja gut, ich hab 100% GPU-Auslastung. Wahrscheinlich das ist das Problem. Ja, aber wow, die kann man das ja auch. Richtig. Öfters. Da haben wir auch Problemchen mit Disconnecten des Streams. Äh... Äh... Joa. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwie die... Die... Also die Auslastung der GPU-Rutter bekomme. Ja, halt... Nice. Ich hätte einen Vorschlag, der neue Grafik hat. Ja, ne. Äh... Ja, nicht so. Also ich mein an sich gerne, aber... Oh, äh... Schon zu viel benutzt. Ich überleg grad, wie ich den Koffer da drunter hoch bekomme. Das ist ja gar nicht so easy. Dann muss ich das Ganze so machen. So, die laufen zumindest schon mal. Das ist sehr gut. Hm... Ja... Übrig, Siko? Nur aus Information. Ja. Der Follower am Counter oben, der verkehrt nicht. Äh... Ja, stimmt. Mal wieder. Ja. Das wäre ja nicht immer... Aber das Willkommen dir geht schon. Also Willkommen... Äh... Ja. Das ist nicht das Problem, ja. Weil der Name ein bisschen zu lang ist. Naja. Oha. Ja, das ist knapp. Ja. Ja. Okay. Äh... Ich warte grad nicht, wie ich mit dem Koffer hier hochgehen soll in die Tour. Ich guck sofort mal mit. Die Produktion läuft ja jetzt. Aber ich muss noch einstellen, was gemacht werden soll, oder? Ne... Hast du schon? Oder hab ich... Nö, ich hab's nur beim... Ja, das ist gut. Ich hab's gemacht gehabt. Ja. Okay. Die Maschinen produzieren viel mehr, als da durchkommt. Durch ein Kabel. Ja, Mats. Ich guck, wir müssen das anders machen. Warte mal. Ich komm mal. Der Splitter ist überlastet. Ach. Ach. Boah. Ja, also ich würd sagen, wir machen... Äh... Drei Kisten, ne? Weil... Muss ja, weil... Weil ich das mal überlastet ist. Niko... Ich weiß ja nicht. Ja. Du findest ja eigentlich, dass das so besser ist. Hahaha. Ah... Ja, ich... Komm, ich kann den Drei mal Kisten hinbauen. Ja. Gleich nicht, ich hab keine Eisenplatten. Cool. Viel Spaß. Ja, kannst du rausnehmen, aber egal. Ich mach grad. Ach stimmt. Ich hab ja so von allem zu viel. Mhm. Hm. Hm. Ja. Nur einen Halter, und dann willst du sagen, hier ran, und dann... Ja, genau. Ich hab keine Eisen. Ich kann nicht halten, wo man schon drüber ist. Mist. Okay. Passt. Achso, du hast genau mittig drauf gesetzt, ja? Okay. Die können wir das schon wieder aufladen, ne? Das gibt's doch nicht. Ich stell mir die Grafik runter. Na. Und sonst muss man mal Pause machen. Wollt ihr eigentlich dann Pause machen bald wieder? Stimmt. Nee. Wenn ich jetzt alles auf dem Kopf stelle, dann... Wenn ich jetzt alles auf dem Kopf stelle, dann... Ja. So, wieder online. Wenn du bist. Und dann los. Hm. Gestern geht's doch perfekt. Heute eigentlich auch. So, ja. Was hat man denn geändert? Dann werden Maschinen angeschlossen, oder? Come on. Aber ich weiß auch nicht, warum die jetzt auf 100% ist. Das ist halt echt... komisch. Irgendwo Hintergrund muss das vielleicht irgendetwas macht. Keine Ahnung. Nee, nee. Hm, ja, also ich rendere noch, ne? Nein. Ich vor allem, ja. Das wär's jetzt. Komm bitte mit. Äh, ja. Absolut. Oh, warte mal. Äh... Ja, die Kiste hab ich super gesetzt. Falschraum, oder wie? Nee. Schräg. Also nicht schräg, aber äh... Ein Ticken zu weit nach irgendwas. Links, rechts, irgendwas. Nach irgendwas. Nice. Müsste doch so sein. Genau. Cool. Ja, so passt. Perfekt. So, lass mal kurz gucken, wie den Kupfer. Boah, Kupfer wird auf jeden Fall das Übelste, weil's ganz da hinten. Ja, aber ist mal ein anderes Problem. Ich weiß nicht, wie ich hier hoch gehen soll, weil die Eisenleitungen im Weg sind. Ich kann natürlich drüber springen, aber das ist halt irgendwie doof. Ja. Oh, äh... War knapp. Weil, ich muss... Wir kommen ja von da hinten. Und ob... Wir springen über die Eisenleitung drüber, gehen dann mit dem, ähm, Lift hier hoch, oder wir gehen halt zwischen, ne? Also hier lang. Ja. Hm. Schwierig. Aber... Weil anders? Wie? Ach, boah. Das ist echt schwierig. Ich würde ja innen machen, also ich würde ja am liebsten... Wie lebe ich das hier im Bestand. Ja, ich würde zumindest sagen, wir gehen hier über den Berg, vielleicht. Allerliebsten würde ich die halt hier machen, und die kommt halt hier innen hoch. Das war eigentlich alles, als er offen sitzen. Äh... Wobei es auch nicht doch bei Ihnen geht. Nee, wir können ja nochmal... Genau. Können wir sowieso mal gerade machen. Das wird am liebsten machen. Problem ist, wie kommen wir hier hin. Oder das Scheiß aussieht. Weil, ich glaube, wir können die Dinger hoch machen. Und danach hier... Wobei es könnte sogar gehen, wenn ich jetzt hier eine Plattform hin mache. Oh. Was ist das denn? Hier eine Plattform und dann gehe ich... Mache ich die hier drüber und dann hier drauf. Das könnte gehen. Machen wir so. Mhm. Ja, nice. Genau. Perfekt. Und der Berg ist halt hier komisch gerade. Ja. Pfff. Boah. Ja gut, wir können ja noch eins machen. Achso, nee. Nee, kann man nicht. Außen durch. Wir können ja leider keinen Berg abbauen. Ich glaube zumindest da so. Ja, aber... Nee, nee. Ja. Aber wir könnten hier noch eine Reihe hinzu machen. Mit... Schrägen. Und dafür... Die Schräge eins nach hier setzen. Wir fänden schöner. Weil dann ist halt der Berg nicht da. Doch, also. Der guckt durch. Der guckt durch. Aber zumindest knapper. Ja. Oder wir setzen es halt um zwei nach hier. Das ist die Schräge hier. Nee, dann nicht. Bin ich doof. Okay, machen wir. Aber um eins. Okay. Ja. Einfach gucken wie es aussieht. Kommt uns an. Du kannst die Leitung umreißen. Hm. Jetzt den Weg. Ja, was? Nein! Doch, brauchen wir doch nicht. Ja, ja. Warum schon? Wieso? Warum wir doch nicht? Äh... Nico, kannst du bitte... Nee, hier ist gar nichts. Hä? Warum kann ich hier dann hin platzieren? Das ist manchmal irgendwie so. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Warte mal. Aber ich jetzt hier... Okay. Das Ding hinbauen. Oh. Ähm. Ja. Das funktioniert hier aber nicht. Äh, ach so. Stimmt. Ja, doch. Okay. Dann dann... Machst du grad, äh... Warte, warte. Äh. Wir machen beide. Okay. Ja. Äh, beide bauen das wirklich dumm. Ja, so. Ey, der Berg ist weg. Oh. Leid. Ey, gut zurück. Dann auf jeden Fall. Ja. Cool. Wollen wir hier ein bisschen Zeit schon noch ab? Genau. Das muss auch ab. Genau. Ähm. Ähm. Ja, doch passt. Genau. Machst du die Dings? Ich mach die Plattform. Kacadar. Ja. Genau so rum machen wir das. Äh. Äh. Ich meinte... Ich meinte sogar... Ich meinte sogar so rum, ob es war gesagt. Ah. Okay. Okay. Hä? Hast du grad mein Dings abgerissen? Nein. Hab ich nicht gemacht. Ah. Nee, ich hätt noch einmal platzieren müssen. Stimmt. Das ist aber falsch. Warte mal. Ja, gar nicht klar. Da kann ich noch keine Pfeffer von der Wand bauen. Das ist ja scheiße. Ich guck gleich mal. Ah, jetzt geht's. Okay. Okay. Cool. Dann können wir hier mit der anderen Zeug lang gehen. Wir können schon mal so ein Stück schon bauen. Richtig. Ähm. Mach erstmal... Hier würd ich... Ja, warte mal. Hier würd ich einfach noch... Ah. Hä? Aber warte mal. Trau mir. Ich weiß wie. Das... Fundament würd ich aber... hier weg machen. Weil das sieht... Aber... Blöd raus. Das brauchen wir aber. Du willst da drüber gehen? Ich würd jetzt... Ich würd jetzt nach links gehen. Über die... Über das Eiswand drüber. Ja, aber ich... Ich würd das nicht... Also ich würd die Plattform hier aber abreißen. Weil die sieht, find ich nicht schön aus. Und drüber gehen können wir meinetwegen. Aber... Plattform. Ja, warte mal ab. Dann muss ich das auch mal abreißen. Ja. Ja, genau. Damit es halt gleich ist. Ja, genau. Passt. Äh, einzig, falls ich mich grad frage... Genau, ich könnte da grad... Ach, du hast die so. Ich hab die immer dahin gemacht. Arsch... Ja, unterschiedlich... Machen wir das immer ein bisschen näher... Und da haben... Ne, wir haben das ja alle eigentlich immer direkt dran gemacht. Nur hier nicht. Das ist der einzige Ort, wo das nicht so gemacht. Und hier hat's auch... Nicht so hier rumpassen. Ne, nur die hier unten ein bisschen neu. So der... Und der da. Äh... Ach so. Ja. Und jetzt das Fließband. Das Fließband hast du noch nicht umgesetzt, nehm ich mal ein, oder? Was hier... Ne. Ne. Und ich kann hier nicht hier ran. Das macht mir halt so krass rum, ne? Kein Ausgang oder... Ich kann hier nichts... Kann hier dran bauen. Geht nicht. Warte ich... Warte ich... Komm mal... Äh... Was? Wo dran? Wie? Das da. Ja. Rießband hoch. Geht nicht. Ist schon. Siehst du noch nicht. Äh... Bauer bitte... Hä? Ist nichts. Siehst du nicht? Ja. Du läufst bei mir durch. Ne. Du kannst bei mir nicht durchlaufen. Du hast auf der Gegend springst drauf. Ja. Jetzt werden wir mal neu. Danke. Ist doch egal. Ist halt bei dir nicht klar. Ja. Ja. Aber es nervt das durchgehend machen zu müssen. Bitte. Ich muss halt... Ich muss halt... Ich muss jede 10 Minuten kommen und bei dir was neu setzen. Das ist halt das ätzende. Ja. Hey. Ist bei dir nur vereinzelte Sachen. Ja. Die können wir aufladen. Das kann doch nicht schon wieder sein, Alter. Aber komplett offline. Also das steht ja schon mal offline. Das stimmt gar nicht mehr. Ja. Aber meine GPU-Auslastung ist auch noch bei 100%. Ja. Was ist denn los? Oh, das sieht so aus, ob das Typ nicht mehr online gehen wird. Dieses Mal tatsächlich. Ich... Also die sind komplett komplett offline. Also... Wird schon mal angezeigt, bevor wir das streamt haben. Ich hab da was in den Einstellungen geändert. Meine Güte. Aber wir nehmen eben noch auf, ne? Ja, ja. Ich hab auch schon mal neu gestartet. Falls ich einen Blue Screen habe. Also... Hm... Läuft. Cool. Ja, lass ich mal pausieren, wenn wir hier kurz was gemacht haben. Hm. Ähm... Ja, die Frage ist, also dann würde ich hier hoch gehen, oder? Und dann hier in der Mitte freilassen. Weil wir müssen ja sowieso nach hier links. Ja. Hier bauen wir drei Produktionen. Das heißt... Boah... Achso, nee. Ist egal. Ähm... Ich hab keinen Beton mehr. War's bei mir. Ja. Ja. Dann... Warte, du mal hoch das Fließband. Warte, ich hab noch nur genügend. Guck mal her. Beziehungsweise... Kannst du eigentlich runterwerfen? Warte, wenn ich das jetzt hier droppe. Lass mal. Jawoll. Na ja. Kein Problem. Du hättest davon wird es einfach der Sporte machen. Du hättest auch die Fließband platzieren, der Mann. Hm... Das muss jetzt hier platziert werden, glaube ich. Oh! Ne, geht das Nico? Die, äh... Fließband ist so krass, äh, ne? Ich kann hier keine Strecke anbauen. Matt. Wir sind zu nah an dem... Wir sind zu nah... Na, ich kann hier nicht. Siehst du? Ich kann sich nur hier platzieren, aber das ist alles zu weit. Oh, halt das Fließband dann zu kurz wäre auf das Stück. Ja. Ja, dann Bonn ist halt Notfalls 1 nach drüben noch. Ist halt dann so. Hm. Sieht aber nicht schön aus. Äh... Kann sich da nicht... Oh, oh, ich hätt's noch weiterführen müssen. Ja, das ist so. Ach, jetzt fliegt wird schon wieder nicht, Nico. Was ist das? Äh, alles gut. Ja. Und jetzt noch eine Pause und... Ach so. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ja, noch nicht. Nein. Warte mit Bauen. Ach so! Wow! Also, ich dachte jetzt hier. Da Bauen wir hoch. Ja, okay. So, da hatte ich das. Also schon... Ja, ich bin schon über 100. Okay. Äh, das heißt... So. Und... So. Und... Ja. Achtung. Ja. Ja. Cool. Irgendwie mit Delsen können wir da bestimmt irgendwie hin. Ja, ich würde das einfach dann gleich hier... Ah, nein, wir brauchen einen Plattform Nico wahrscheinlich, oder? Oh. Äh, Matsu durfte noch nicht vergessen. Wir haben da... Davon noch... Davon noch Limestone, den wir auch noch holen müssen. Äh, äh... Ja, den können wir außen... Die können wir ja hier außen machen, weil das Produktion ist eh außen. Das stimmt. Kein Problem. Da können wir hier direkt hinanführen. Und dann können wir das andere Leibstum, wenn das nur aufsammeln, vielleicht auf die gleiche Förderbatt oder so. Hm. Äh, die zweite Produktion. Ja, cool. Äh... Mal kurz wie viel Eis in den Mitteln da oben in die Kisten haben. Und dann... Ja, komm mal drauf an. Feuer. Richtig. Ach so. Ja, klar ist hier nichts drin. Oh, da sie kriegst du nur... Oh, die erste kriegst du schon voll. Äh... Äh, die zweite auch fast. Ähm, ja, cool. What? Ja, okay, die produzieren... Die haben durchgehend produziert, Matze. Die sind komplett voll die... Naja, wir haben da schon recht... Wir haben echt recht viel angeschmissen, die Dinger oben. Ne, ne, ich meine die... Äh, meine haben ganz schön viel produziert. Ach so, die. Ja, die haben sich gegönnt. Ja, deswegen... Also, das ist eigentlich schon recht logisch. Dass schon so voll ist. Ja. Gut, dann... Ich sag... War's das erstmal. Richtig. Wollen wir auch schon sagen, dass wir später streamen oder sind wir unsicher? Ich bin mir auch noch bisschen so... Aber eigentlich ist Bock. Eigentlich würde ich sagen schon an sich. Ja, doch. Ja. Gut, das heißt, äh... Später geht's weiter. So gegen... 20, 21 Uhr will ich jetzt behaupten. Genau. Äh... Ja. Dann bis heute Abend oder zu einer nächsten... äh... Zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ja. Ciao. Ciao.